So, nochmal kurz zur Erklärung, wenn man das Wort Fledner oder Magnus-Effekt hier bei Wikipedia eingibt, dann sieht man das nochmal, was ich gerade erklärt habe, aber der Haken an dem ganzen Ding ist, hier ist das Schiff, in diesem Fall ist es ein Spielzeugschiff mit sich drehenden Zylindern, aber wenn man denkt, das ist so, ja die Luft ist da schneller, ja theoretisch stimmt es, aber einen Haken hat es. Leider ist dieser Magnus-Effekt genau verkehrt rum, das liegt auch daran, dass die Luft hier mitgerissen wird, das ist das Schicke, also man ist immer geneigt zu sagen, ja dann muss es ja so sein, das würde, also dann muss es ja so sein, wie vorhin im Video erklärt, aber leider ist es anders, nehmen wir mal bloß ein Luftteilchen, was jetzt hier in dieser Richtung hier angeflogen kommt, das wird hier an der Stelle mitgerissen und reißt die nächsten mit, so kann man es sich am leichtesten erklären und wird demzufolge hier nochmal beschleunigt und beschleunigte Luft heißt Unterdruck, das heißt die Kraft wirkt in der Richtung, verlangsamte Luft, Unterdruck und dementsprechend hier auch eine Art Überdruck, wie beim Flügel vorhin schon gezeigt. Auf Kräfteparallelogramme gehe ich jetzt mal nicht ein, wer will, der kann sich das dann, Rotorschiffe kann man auch machen, der kann sich das dann nochmal bei Wikipedia genauer angucken, hier nochmal mit Endscheiben, lasse ich jetzt alles mal weg, ist nicht so wichtig, aber hier noch ein schönes Flugzeug, ich versuche es mal zu vergrößern, ein, ja, ein Flugzeug, aber ich glaube das flog nicht, dieses nicht hier, obwohl es fliegen hätte fliegen können, hier sind diese, diese hier, das sind diese Flettner-Rotoren, die hier drüben ist noch, das hat also keine großen Flügel, sondern nur Tonnen und das ist das Schicke an diesem Ding. Ich lasse jetzt alle Erklärungen dazu mal weg, das bloß nochmal schnell als Ergänzung zum ganzen Thema, worauf kam es uns an, wir hatten ja gesagt, es geht um grundsätzlich um beschleunigte oder verlangsamte Strömung und die entsprechenden Kräfte. Wir machen das alles ohne Berechnung, ohne alles. Das sei jetzt an der Stelle als Verweis genug, also Flettner-Rotor bitte bei Wikipedia eingeben und im Internet kann man sich dann, naja, halbtot lesen dafür und es gibt schöne Sachen und sehr interessante Dinge. Aber wir wollten ja wissen, wie ein normales Flugzeug funktioniert und deswegen ist das Video an der Stelle erstmal dicht, es ging nur um die Strömung.